Dann machen wir gleich mal ein fröhliches. 10.000 Magdeburger Schalalala! 10.000 Magdeburger Schalalala! 1.000 Magdeburger Schalalala! Kannst du nicht mehr? Ich hab da schon Rückenschmerzen gehabt. Das ist Wahnsinn. Einfach nur sensationell. Geht durchs Bild. Kein Problem. Sag was. Super. Einmal frei. Wichtiger Sieg. Wir haben gewonnen. Platz 14. Was willst du mehr sagen? 24 Punkte. Und endlich mal ein bisschen was zum Entspannen. Und nicht nur eine Woche mit Abstiegsangst. Aber wir können entspannt nach Hause fahren, oder? Entspannt. Das ist die wichtige Information. Ja, wir nehmen erstmal ein Bier, würde ich sagen. Auf drei Punkte. Drei Bier. Mindestens. Komm, lass uns sehen. So sieht's aus. Ich bin ein Fahrer. Das kann ich. Das ist natürlich ärgerlich. Aber wir sind mit dem Bus da. Nee, also war super. Die haben gekämpft. Natürlich haben sie das wieder spannend gemacht. Das ist ja immer dasselbe. Man kennt's ja nicht von den Jungs, aber scheißegal. Geile Stimmung. Wir werden definitiv wollen wir nächstes Jahr nochmal herkommen, oder? Selbstverständlich. Aber bitte nicht ganz so spannend. Wir machen die letzten zehn Minuten gegen uns ganz schön der Arsch auf Grundeis, ja? So sieht's aus. Ist egal. Auswärtssieg. Das ist das Wichtigste. Auf geht's. Auswärtssieg! 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 Wackle! Machle Musik! .